Hallihallo und willkommen zurück im Restaurant Tralala. Wir haben jetzt, wir sind irgendwie bei einer Schnitzeljagd jetzt dabei. Ich habe noch keine Ahnung wie es weitergeht, aber bevor wir das weiter, also bevor wir jetzt zu Kaito gehen, würde ich gerne da nochmal alles ablaufen. Der Tipp ist, kühles Getränk. Kühles Getränk. Kann es sein, dass hier irgendein Getränkeautomat rumsteht? Ist das der Hinweis? Ist das der Trick? Hoppala. Hmm. Da ist eine Kamera drin. Aha. So, so. Ein kühles Getränk. Hi. Also hier steht auch nirgends wo ein Getränkeautomat rum, ne? Ist scheinbar. Da ist was? Ne. Ich will niemanden anzeigen. Was willst du? Also. Ah! Ich will das Getränk. Sehr gut. Gut gemacht, Patriot. Der nächste Hinweis befindet sich in einer kleinen Kiste, die Dinge frisch hält. Viel Glück. Äh, okay. Also so eine Art Duperbox oder irgendwie sowas. Dinge frisch hält. Ich gehe jetzt mal ganz systematisch ran. Wenn das eine jetzt da drüben war und das jetzt da, dann ist es entweder da oder da. Und da ich da noch nicht runter will, gucke ich erstmal hier. Da haben wir nur ein Radiö, die Dinge frisch hält. Ja, du bist immer ganz frisch. Ist aber schon gefunden. Was ist denn da oben? Habe ich da irgendwas? Man kann es hier nur schließen. Reden? Okay. Aber da hält es nichts frisch. Es ist entfrischt hier. Das Dinge frisch hält. Das müsste ein Kühlschrank sein, oder? Aber der müsste ja öffentlich zugänglich sein. Also ist es vielleicht doch wieder hier drin. Haben wir hier einen Kühlschrank oder sowas? Okay, dann laufe ich doch vorsichtig. Mal in die Richtung da drüben. Ha, die Dinge frisch hält. Das hier, oder? Ach man, und ich fand mich jetzt so clever. Dann halt nicht. Dann gucken wir mal da nach. Ja, immer. Überhaupt kein Problem. Ich muss meinen Balken vollkriegen, deswegen. Es tut mir leid. Hast du irgendjemand was gesehen, was man frisch machen kann? Äh, frisch halten kann? Moment, da war ein Sticker drin. Ich hab ihn gesehen. Zeig ich doch. Ein Sticker. Hm. Schalalalala. Ich war... Ups. Schalalalala. Ey, jetzt wird's aber lustig hier. Okay, wir haben langsam das Problem. Okay. Dass ich nicht weiß, was die meinen mit kühl. Okay, da will ich nicht sich rein. Ich glaub kaum, dass die das in der Wohnung drin haben. Hm. Etwas, was kühl hält. Warte mal. Hier geht's ja auch nochmal lang. Ja, ja, Regierung, Schmiggierung. Also, da drin kann's nicht mehr sein. Da waren wir grad drin. Eine Box, die kühl hält. Was steht denn hier in der Box rum, die kühl hält? Gute Frage, nächste Frage, ne? Aber ich muss hier ja öffentlich rumstehen. Ich bin's nicht. Ich habe keine Ahnung. Wann muss ich das da mitmachen? Nee. Entschuldigt, habt ihr irgendwo eine Box gesehen, die was kühl hält? Ich hätte da gerne ein Anliegen für. Da waren wir aber auch schon drin. Da ist auch nix. Och Mann, ich will doch nur das Rätsel lösen. Krasse ist, wenn ich das nicht löse. Das nervt mich dann wieder tierisch. Und das wollen wir nicht, dass ich genervt bin. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo da noch eine Box sein soll. Das Einzige, was ich sagen würde, wird da. Aber. Floreskram. Ja, das ist nicht gerade eine bliebte Kandaten hier in der Gegend. Ja. Können wir auch das aufmachen. Jetzt wird's aber langsam lustig. Ja, dann tut's mir leid. Wenn wir das jetzt nicht so, äh, ja. Jetzt auch keine heiße Idee gerade. Haben sie hier noch irgendwo eine kühle Box? Hm. Hm. Da kam ich ja her. Nop, 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 nop. Wann machst du da drin noch eine kühle Box? Na, guck mal. Der Kühlschrank. Gut gemacht. Fast hättest du den großen Preis gewonnen. Was? Letzter Hinweis. Der Schatz ist in einem Heim aus Zweigen, Gras und Stroh. Richte deinen Blick nach oben, um ihn zu finden. Nest. Hätt' ich jetzt gesagt. Baum? Nest vielleicht? Da. Ist es. Hab's. Ist es eine Spieluhr? Okay. Was mache ich jetzt damit? Nehmen. Ein paar Ohrringe wurde aus dem Versteck hinzugefügt. Okay. Dann haben wir das jetzt. Äh, ist es jetzt aufgelöst? Oder gibt's hier noch irgendwo ein Nest? Guck sicherheitshalber nochmal nach. Aber ich denke, das sollte es gewesen sein. Mann, so viele andere Bäume gibt's hier nicht, ne? Ich glaube, wir haben das Rätsel erlöst. Gut. Ein Zettel mit. Gut gemacht. Du hast es geschafft. Wäre vielleicht cool gewesen. Aber gut. Ich nehme meinen Gewinn somit an. Dann gehen wir mal zu Kaito. Oh. Familie Lin. Ja, Kaito wohnt hier. Kaito, ich bin Sui. Komm in. Ich hab deinen scheiß Job gemacht. Was ist denn da los überhaupt? Und du verrätst mir gar nichts. Ich dachte, ich bin deine beste Freundin. Ich glaub, der benutzt mich einfach nur als Spion, ne? Also, damit er einfach Informationen kriegt. Das ist so mein Verdacht. Die Geschirr und Besteck sieht ganz anders aus, als das, was es bei mir zu Hause gibt. Na gut, was erwartest du, ne? Hi, ich guck nur mal kurz. Bin gleich da. Oh Mann. Ja. Ich seh nur ein Bett. Schläft Kaito auf dem Sofa? Ja, zwangsläufig, ne? Ihm geht's nicht so gut wie dir. Ich war noch nie zuvor hier. Na ja, gar nicht so schlecht. Thanks for lying, Zee. I appreciate it. So, what are you doing here? Na ja, ich, äh, deine Mama sagt, du seist krank. Oh, ja, absolut. I am so sick. Das war echt ein lahmer Versuch. Hey, sag mal, was ist denn los, Mann? Ach, komm schon, jetzt verarsch uns doch nicht. Was verheimlichst du mir? Ach. Ja, kein Wunder, du lügst mich hier die ganze Zeit an. Hä? Wie klein bin ich? Es ist total B.S., Zee. Wieso ist das Quatsch? Zee, die Leute in Colton City, sie lieben Tyrak. In Wahrheit, sie lieben wirklich, wirklich nicht Tyrak. Warum sollen sie Tyrak nicht mögen? Warum sagst du sowas? Weil es ist die Wahrheit, Mann. Und eine andere Sache. Diese Geschichte beschreibt Colton City als, wie ein Paradies. Sie, es ist nicht so, wie das alles. Vielleicht hat sich in letzter Zeit etwas geändert. Nein. Anyway, das ist, warum ich die Papers nicht verliefern konnte. Sehen seine Fotos und diese Worte, hat mich einfach so wunderschön, Zee. Ich muss ja sagen, also wenn du jetzt Zeitungsausträger machst, ist ja auch schön und gut. Aber jetzt jedes Mal, wenn du ein Bild von Tyrak siehst, dann zu sagen, ich kann das nicht austragen, weil mir der Typ so auf den Sack geht. Der Typ ist nur in der Zeitung. Der wird nur auf der Titelseite zu sehen sein. Er ist ein Diktator, ein Tyrann, ein Unterdrücker. Natürlich ist er jeden Tag drauf. Warum? Er sucht hier was anderes. Ja, vielleicht ein kleines bisschen. Okay. Ich habe meinen Controller jetzt am Start. Ich weiß, die Steuerung zwar jetzt wieder nicht mehr, weil ich alles wieder vergessen habe und eine kleine Pause dazwischen hatte. Aber wir werden sehen. Okay, das ist Hüpfen, das ist... Oh, äh, was? Achso. Okay, okay. Ich habe mich da entscheiden können. What? Okay. Oh, wow. Uh, das... Yeah, also, sorry. Ach, kacke. Wenn das immer einmal so passiert, es versaut halt wieder alles. Ach komm, das war ja Peace. Möchte ich gerne nochmal ausdiskutiert haben. Ach, weil es zwei hintereinander waren, oder was? Ach so. Zwei fest hintereinander waren nicht gut. Ah, ich habe jetzt nach unten gedrückt. Ich muss das so machen. Aber es ist echt schön gemacht. Gefällt mir. Man muss es halt öfter fahren, um es fehlerfrei zu machen. Manchmal sieht man einfach die Kombis zu schnell, also diese Kombination einfach zu langsam oder nicht schnell genug. Also ich kann jedenfalls nicht so schnell reagieren teilweise. Aber, ja guck, das hier zum Beispiel. Es muss man wissen, dass das jetzt kommt. Einfach so durchbreddern muss. Ja. Stell mir aber ultra doof an. Mach du mal die ganze Kombi kaputt. Ich bin still tot. Vielleicht ist er richtig. Ah, sieben Tore. Ah, Gott, ich werde immer schlechter in dem Spiel. Will ich das nochmal probieren? Einmal machen wir noch, oder? Also ich will wenigstens B-Rang. Sorry, aber einen B-Rang will ich haben. Jetzt muss ich nur aufpassen. Jaja, komm, komm, komm. Ich hab mal geguckt, man kann in dem Spiel in Eigenschaften dann mal schauen, oder in Highscores, was die anderen so für Zeiten oder Kombos hatten. Das werde ich nie schaffen. Die sind so krass, die Leute. Aber das ist halt schon übel. Dieses Drecksloch im Prinzip. Da wundert's einem dann doch nicht, dass, äh, die Gute dann Krebs bekommen hat. Ich muss mir grad ein bisschen konzentrieren. Warte mal kurz, was ist jetzt? Hä? Was war das denn jetzt? Irgendwie hat mein Monitor gerade gesagt, nee, er will nicht. So, machen wir dann nochmal weiter, äh, ja, fortsetzen. Oh Gott. Hab ich natürlich einen Tod gekriegt, ne? Das war jetzt, jetzt war jetzt sehr unglücklich, aber gut, da kann man jetzt nichts machen, leider. Höhere Gewalt. Ja, wir glauben ihm natürlich. Gehen! 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 Das ist ja verhältnismäßig einfach. So, jetzt war diese Ecke mit diesem Sprung, ne? Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, ja, genau. Das ist das, was ich zum Beispiel gemacht habe. Das muss man wissen, sonst fällt man da, glaube ich, einfach nur rein. Ja, ich seh's ja. Ach komm, ich bin extra gesprungen. Ach, das ist ärgerlich. So ärgerlich jetzt. Das wär so gut gewesen. Ach Mann ey, kurz davor nochmal. Naja. Vielleicht ist er richtig. Jetzt erwarte ich mir wenigstens einen B-Rang. Ein B-Rängchen möchte ich haben. Bitte B, bitte B. Na also, B-Rang. Juhu. Neuer Rekord. Ach, ich bin so glücklich. So, Story fortsetzen. Mindestens B muss schon sein. Okay. Also, Wasserknappheit gibt's wohl auch. Ach so, wir können drücken. Also, alles klar zwischen uns, Kay? Ich glaube, ich wünsche dir, dass du Dinge mein Weg gesehen hast, du weißt. Aber ich kann dich nicht. Hä, ich glaub dir doch. Danke für dein Verständnis. Wie geht's mit der Rampe voran? Mache ich gerade irgendwas falsch? Die Wahrheit ist, ich weiß nicht wirklich, was ich mache. Das überrascht mich kein bisschen. Mir ist so langweilig. Du dir um mein Wohlbefinden sorgst. Ich brauche Unterhaltung. Sofort. Du kannst ein sehr demandender Freund. Du weißt das, oder? Was machen wir normalerweise, wenn wir abhören? Sachen zerstören und herumschreien. Plakat im Park... Was? Plakatiere im Parknerven. Sachen zerstören und herumschreien. Alles klar. Ich weiß nicht, was das über mich sagt. Du gehst erst, Sie. Truth or... You know. Okay. Zuerst... Pflicht. Wow, Zico und Widero. Right off the bat. Bold. Okay, okay. Ich beginne mit einem einfachen. Ich bin sehr gespannt. Welche zwei Becher? Welche zwei Becher? Also ich sehe den Stein. Becher? Welche Becher? Guck mal, die Spieluhr. Ja, als ob die Spieluhr war, nur die Musik spielt. Welche zwei Becher? Ich hau den jetzt einfach da so hin. Jetzt geh mal auf den Ausweg. Ach, die Becher. Ach, da. Jetzt sehe ich die Becher. Aber sowas von. Okay. Du bist jetzt dran. Also. Wahrheit oder Pflicht? Rufe, Welt, Flores. Okay, wo brüllst du das denn jetzt hin? Votet für Senator Flores! Stopp yelling, kid! But maybe I will! Thanks! Schön. Satisfied? Ja, okay. Auf seltsame Art. Ja. Nice. Okay, your turn. Äh, Wahrheit. Jetzt geht's aber los. Hab darüber nachgedacht, ja. Ach komm, die sind, also, die, also, sorry, die sind nur im Alter, was man nicht weiß, dass das nur Freund, also nur die Freundschaft sein soll, oder werden soll. Ja. Ja. Ich meine, wir können es einen Schuss geben. Jetzt machst du es aber zu schnell. Was sage ich? Das würde nur zu... Schräg? Widerlich? Ich würde sagen, weird. Ouch, Mann. Ups. Zurück zu dir. Ich denke, ich denke, ich gehe mit der Wahrheit, diese Zeit. Wer war der... Okay, was verheimlichst du mir? Treffer, versenkt. Ich hab dich mit dem Kerl gesehen. Du sah das? Ja, das hab ich, Kaito. Lüg nicht. Never ever. Warum hat er nicht einfach angerufen? Well, it's nice to see him in person. Was wollte er denn? Just to give my parents tonight some info. About our family and friends. And he gave us some money too. Geld? Wof? Wofür? Das glaub ich dir nicht. Nein, glaub ich dir nicht. Nein, 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 nein. Wahrheit. Okay, warum... Warum wirst du nicht über die Wallen sein in 86? Du bist dran, Wahl oder Pflicht? Alter. Ach, einige Dinge vor der Nacht. Mhm. Okay. Okay. Irgendwas läuft hier grad total schief. Ich bin wohl dabei eingeschlafen. Haido möchte also reden. Aber ehrlich gesagt bin ich ein wenig besorgt. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ja, 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 ja. Das ist, ähm, keine Ahnung. Ich hab so den Eindruck, ich tue einfach manchmal falsch klicken. Und, äh, also ich erwarte mir was anderes. Was ich, äh, also wenn ich mir eine Antwort auswähle, erwarte ich mir was anderes. Aber. Es passiert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es ist eher andersrum. Alles nicht so, äh, gut. Aber gut. Wir werden jetzt. Achso, das war nochmal ein Stein. Knipps. Wir werden jetzt zu Kaito gehen. Hä, was ist das denn so ein Zeichen? Zu Kaitos Wohnung. Da gehen wir jetzt hin. Atenntion. Atenntion. Law enforcement agents have been deployed to protect you. Good day. Aber was da passieren wird, das, meine lieben Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Es, ja, keine Ahnung, es spitzt sich nicht zu. Ich muss da mal ein bisschen anders da rangehen. Ich gehe immer permanent auf das Fragezeichen. Vielleicht ist es gar nicht mal so gut. Vielleicht sollte ich da wirklich so ein Mittelmaß finden. Und da besser sticheln. Oder besser hinterfragen. Mal gucken. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ich wünsche euch was. Bis denn.